Ich hab Koks! Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Minecraft Nuro. Das ist ein Fietebeast Infinity Paket und mit dabei sind jetzt der Lotmi aka Till, der Bacillo aka Bacillo, der quasi aka Schwein im Kuhkostüm und der Luzi. Hä? Luzi ist doch gar nicht hier? Doch. Ne. Luzi, wo bist du? Weiß ich nicht. Gut, der kommt dann noch. Ich werde einfach vergessen. Juki nicht. Hälfte. Hälfte. Hälfte recht. Rundher. Wir werden anfangen. Ja, wir fangen an, sobald Luzi jetzt da heißt. Ihr müsst eh alle noch mal runterkommen, damit ihr gleich euer Fleisch nehmen könnt. Komm mal runter, ey. Entspann dich. Ja, geht doch gar nicht los, ja? Doch, ich hab schon Aufdauer gedrückt. Ja, wir warten nur auf dich. Deshalb sollte Luzi jetzt mal langsam hier ankommen. Bitte. Warte, das liegt noch. Alter, wieso hast du das denn geschossen? Ich sehe noch gar nicht auf der Karte. Mann, ich hab nen Billow PC und ich war schneller drauf. Was ist los? Ich hab ja aber noch CS gespielt, du Billow. Oh, ja, okay. Ich hab nix gesagt, check ist das einfach. Wie weit bist du denn beim Laden? Müssen wir noch mal neu starten? Ne. Nein, kommt dich auf seinen Kanal. Anmelden. Ich krieg zu viel. Ah, er ist da, okay. Ja, der hat aber einen Erdblock in der Hand. Achso, was wir jetzt eh noch, was wir jetzt eh noch alle machen, wir springen jetzt gleich noch kollektiv in die Lava, um sicher zu gehen, dass keiner Items aus dem Creative mitgenommen hat. Sobald die Kiste steht. Juhu. Ja, die Kisten guck ich jetzt alle nochmal rein. Vielleicht hat der ne neue Kiste gemacht. Ja, es sind nicht alle so wie du. Wieder ohne Holz. Oh, ich lebe. So, jetzt alle in die Lava, komm, komm, alle in die Lava. Ich bin schon in die Lava gesprungen. Luzi, in die Lava. Du auch, Panzer. Los. Du zuerst. Du auch, Luzi, Luzi, los, Luzi. Luzi. Ja, okay, komm, wir springen zusammen, okay? Okay, eins. Zwei. Drei. Drei. Normandisch. Das ist der Bob fürs Leben, ich sag so. Damit kommen wir meine Zuschauer. Hi. Ich spiele Minekraft. Minekraft. Unglaublich, dass ich das mal auf den Kanal bringe. Suiz. Osten. Ne, in Osten will keiner. So, jetzt auf. Alle vollfressen. Besten ist falsch geschrieben. Jeder nimmt sich das Fleisch. Sorry. Ja, ich nehme auch meine Bücher. Ja, Bücher, klar. Und, los geht's. Einfach irgendwo. Ab jetzt ist auch PvP an, ne? Also, wenn einer Spaß dran hat und brauche ich mal Fleisch, kann er jetzt irgendwen umhauen. Ja, das wäre aber asozial. Ja, genau. Schleif. Ey, nee, wenn du das jetzt machst, ne, Junge. NEIN! Ja, das ist nicht mein Ernst, Mann. Das ist nicht mein Ernst, Mann. Das ist nicht mein Ernst, Mann. Am besten ist natürlich, wenn du jemanden in die Lava schmeißt. Das ist äußerst effektiv. Ey, nee. Looooon. Und ohne Fleisch hast du halt die Arschkarte. Wir müssen die hier hochkommen, lass dir quälen. Ach, einen Typo. Was ist das? Ich hab kein Fehler, echt. O Mann, ey. So ein Arschloch. Ich schwör. Ey, wie kommt man denn hier hoch? Du kannst Wasser und sowas zum Beispiel benutzen zum Hochschwimmen. Ja, mit Wasser? Ich schwimme auch die ganze Zeit verschiedene Wasserkreien hoch. Nein, nein, ich brenne. Meine Bücher sind auch weg. Ja, kannst ja, ich von irgendwie später klauen. Wenn du Hilfe brauchst, sag ich dir, wie es geht. Ich brauche Hilfe. Solange ich es dann selber noch weiß. So, an der Baumreihe, wo die Bäume schon kaputt sind, bauen wir auch noch nichts ab, sondern erst dahinter. Ja, ich muss erst mal hochkommen, da so ein Typ meinte, mich zu töten. Wer denn? Ich weiß auch nicht. Ich denke aber jetzt selber. Boah, Wasserhochschwimm ist schwul, Alter. Warum geht keiner von euch in die Stadt? Wundert mich ja jetzt. So, und weil ich jetzt ein Arschloch bin, mache ich die Wasserquelle hier zu. Halt die Klappe. Ich habe was gefunden. Einmal auf Holzgefügt. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Fleisch. Alles klar, Panzertötner hat Flach. Aber ich habe oben links immer noch das von dem Game Mode zu uns stehen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, auf irgendein Rezept zu klicken. Das werde ich dann die Folge auf jeden Fall noch nicht machen. Das Problem muss ich nachher erst beheben. Ja, dann geh da einfach drauf. Nimm dir doch ganz OP einfach. Hab ich ja eben. Ich habe das komplett aus der Serverliste weggemacht. Aber ich habe links oben immer noch dieses Game Mode-Dings stehen. Und das war vorher nicht der Ursch. Ja, stell das mal um. Stell das mal auf Recipe-Mode. Wie kann ich das jetzt machen? Also, bei Hackett war es so... Wir haben alles mit, was uns in die Quere kommt. Ich muss uns auf Escape drücken und dann... ...kam da diese Anzeige und dann musstest du auf... Warte, ich mache es gleich selber und dann kann ich es dir erklären. Ich muss noch dieses Holz abbauen hier. Okay. Nein, ich kann nicht mehr rennen. Weil sonst habe ich halt das Problem, dass wenn ich rechts diese Rezepte nachgucken will, dass sie mir einen Stack davon gibt, weißt du. Also, das steht zwar dann auch im Chat, das ist gut, dass es im Chat steht, weißt du, da kann man nicht ganz so... Aber es muss halt nicht sein. Das ist kacke. Und in diesem Dorf NCPs, die mich töten? Äh, wenn du Scheiße baust, greifen die dich an, ja. Ja, also klauen. Hier, die Mod-Becke kann ich so gut wie alles töten. Da können ich halt Steine töten. Ne, klauen da hast du, klauen da hast du. Das juckt ihn nicht. Oh, hier ist sogar so eine Smelteries schon. Er ist fast immer in den Dörfern. Was heißt, du bist zuerst im Dorf gelaufen? Okay. Fakt ist, ich habe jetzt schon ein Holzschwert. Ja, Holzschwert hatte auch schon etwas von Eisenschwert. Äh, ich meinte, äh, Stein. Ja, klar. Stein meinte, Stein. Ich habe schon Eisen. Ja, wahrscheinlich hat er es so am Sporn sich mitgenommen. Genau. Vor allem habe ich am Sporn auch schon eine Steinpecke. Du bist wieder reingesprungen. Mhm. Macht Sinn. So, alles essen wir erstmal mitnehmen. Eigentlich der Dings ist Mod drin, der, wie heißt der? Morph ist nicht drin. Ne, dass man die Bäume abbaut und die dann komplett weggehen. Ja. Ist nicht drin. Aber die D-spawnen etwas schneller als normal. Die Blätter, die spawnen recht schnell, ja. So, wie weit bin ich denn jetzt? Oh, ja, weiter in die Richtung darf ich. Obwohl laufen darf ich ja. Ich darf nur meine Base da nicht so weit weg bauen. Oder sollen wir uns erstmal komplett im Rahmen von 1000 bis, äh, von plus 1000 bis minus 1000 bewegen? Würde ich auch machen, ja. Ich weiß noch nicht mal, wo ich mein Haus bauen soll. War jetzt bei 1010 oder so, also köpft mich nicht. Oh, die Maudi sind Wölfe. Oh, die ist aber ne Schlucht. Bei mir laggt zu hart, ne? Reicht, bei mir nicht? Wie dumm. Bei mir auch nicht. Also, minimale Lags hab ich zwischendurch gemacht. Also, der Server kommt nicht hinterher mit, äh, Ja, wenn du irgendwo bist, wo generiert werden muss, das kann sein. Ah, wieso greifen die scheiß Wölfe mich an? Was soll denn? Ah! Ich hab schon das Opfer des Projekts gefunden. Ich hab schon das Opfer des Projekts gefunden. Ich hab schon das hier hättigen Viechermann. Ey, was charissen Sie so? Viking Hat! Junge, Alter, das ist nicht cool. Was wollen die von mir, ey? Ich bin nur ein hier rum. Ja, ich merk schon, sonst, komm mal her. Ich spiele mal mit denen. Ach du, äh, ich hab gerade keinen Bedarf vor, mit Wölfen zu spielen. So, okay, cool. Ist jetzt ja ein bisschen blöd für mich. Man braucht halt da alles, aber keine Essensprobleme. Was? Keine Essensprobleme, wenn man ein Dorf findet. Halt, Paul, du hast mein... Ja, man hat mein Fleisch geklaut. Ich hab halt immer noch 15 Steaks. Ja, cool. Willst du welche haben? Ja, gerne. Ja, hätte sie gerne. Aber du wirst mir nicht geben, so ohne. Oh, was sind das denn für ein Viecher? Shrek, Alter. Hier, Shrek! Opopoplet. So ein Shrek. Ah, das kann ich nicht abbauen, Alter. Wofür hab ich mir jetzt das scheiß Teil hier genommen? Oh, es wird jetzt schon dunkel, Alter, okay. Nee, gar keinen Bock, Alter. Man genug essen hat man ja. Oh, trocken. Nein, hab ich nicht. Tschüss. Maguja, Luzi. Hey, ich meine, du fliegt raus. Ja. Hä, hat Luzi keinen Bock, oder was? Ich glaube, er ist einfach nur rausgeflogen. Dein Internet ist nicht das allerbeste. Und auf der Welt findet. Ja, also der Server lag bei mir auch. Ich kann nicht jeden Block abbauen, aber... Bei mir lag gar nichts. Ich hab auch keinen Bock. Kaufe ich mal einen guten PC. Ich hab einen Kack-PC, aber es läuft eigentlich ganz gut. Ja, wenn man jetzt meinen PC kennen würde, ohne den Spruch sehen würde. Aua, hier sind irgendwelche Sachen, die mich vergiften. Alter Botania, ich hasse dich. Ja, Panzer. Ich weiß nicht, hier ist das Karma. Ich weiß es nicht. Hä, wo ist denn jetzt mein Ofen hin? Ich hab's hier doch irgendwo in Ofen hingestellt, Mann. Aber Ofen und Co. würde ich hier nicht looten dürfen, oder? Nee, Kisten und so, alles, was im Haus steht, würde ich sagen, ist nicht lootbar, oder? Solange man kein Haus hat. Ja, okay, dann baue ich mir halt so ein Kackhaus. Ist mir aber scheißegal. Das so aussieht, ist noch ein Dicke. Warum sucht der Mann? Nein, das muss irgendwie eingezeichnet, irgendwie durch... Irgendwie gekennzeichnet sein, dass es einem gehört halt. Wenn du jetzt eine Kiste im Wald findest und da ist nichts drumherum... Wollt ihr mich verarschen? Oh, warum kann man im Scoreboard nicht die Tode sehen? Äh, das musst du einstellen, das muss ich werden. Mit Commands. Ich hab noch nicht mal... Ey, Mann, was ist das Scheiße? Ich hab noch nicht mal einen fucking Waypoint. Lol, dann hast du das bei deiner Map ausgestellt. Weil normal machen die ja Waypoints. Ey, Mann, so eine Scheiße. Da ist schon kein Bock mehr, Mann. Haha. Ah, nee, warte, da unten sind... Ah, fuck, wieder so komisch vergiftende Dorn. Ja, ich hoffe, du stirbst, ey. Ach, das wird mir nicht passieren. Sand werden wir gleich auf jeden Fall auch brauchen. Nur Noobs sterben die ganze Zeit. Ja. Ja, stimmt. Wolltest du mir sagen, wie ich das ausstellen kann, mit dem, dass ich nicht aus Versehen Items bekomme? Oh, äh, ich kann nicht rausswitchen, dann ist die Aufnahme kaputt. Gieter. Obwohl doch, scheiß drauf, das geht schon. Ich nehm jetzt mit Fraps und mit OBS auf. Eine Aufnahme davon wird schon überleben. Oh, das war ja nicht die von OBS. Wäre natürlich witzig, wenn du beide gefällt hättest. Auch dann. Wäre ziemlich kacke, ja. Dann müsste ich jetzt auch bei Twitch den Broadcaster halt nehmen. Hochladen. Was ist das denn hier für eine kacke? Auf jeden Fall essen, bevor ich... Boah, ich hör schon, Skelett, Alter, das ist doch scheiße. Ähm, da sind fliegende, dumme Dinge, die mir... Oh, 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 fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Wohnst du hier, Hobo-Goblin, ja? Aus deinem Haus? Scheiße, 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 scheiße. Du sollst nicht nur herrheilig sagen, du Spasti. Wir haben hier nichts, oder was? Los, schwimmen, du fettes Stückscheiße, los! War doch ein Corsion, wenn ich irgendwann mal in die Hölle will. Gards hier in der... Wir haben ja Gards in der Stadt, das ist ja richtig geil. Esel! Lol, ich hab ein Esel gefunden. Woll, wie ich hier nix sehe? Hier steht Barzillo vor mir, der dumme Esel. Guck. Oh, wie viele Büsche hier sind, Alter, nice. Essen! Ich hab aber noch keine Miene gefunden, wo ich reingehen will. Was sind das denn für fliegende Leuchten der Dinger, die mich ganze Zeit mit Blitzen abschießen? Wisps. Das sind Wisps. Das sind Blisps. Woher nehmen die sich denn die Berechtigung? Woher nehmen die sich denn die Berechtigung? Das ist Nacht, daher. Ja, aber die sind am Höhlenausgang, ich komm mir nicht mehr raus. Das Gute ist, hier müssen nicht mal alle pennen. Alter Schwede. Ne, nur 50% müssen pennen, ne? Ich bin ne Walzmaschine, bitte. Hast du Sachen mit Walzen? Dampfmaschine. Lol, das kann ich bestimmt benutzen. Nein, scheiße, da ist ein Blis. Ja, ich hab grad so ein Kultistengedöns hier von Soundcraft gefunden, sondern ob man so ein Mobilistenscheiß. Ja, wenn du Pech hast, bist du gleich tot. Nein, ich bin gleich weggegangen. Sind diese Smaragde gut? Ich hoffe mal. Smaragde? Smaragde ist so wie Eisen. Echt? Mehr Deratability. Und mehr Rüstung. Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie heißen die dann? Äh, Peridot. Achso, das ist keine Smaragde. Weiß gar nicht, ob du daraus auch was bauen kannst. Ich hab mir Schwert, Picke und Rüstung gemacht. Ja, die sind eigentlich, das ist alles so auf Level Eisen, außer Ruby. Ruby ist wie Diamant. Aber, äh, ich hab Faumium gefunden. Weil das Schwert macht, 6, also fast 7, scharf. Ey, Mann, du dummes Stück Scheiße von Skelett, verpiss dich, du Miststück, Alter. Ja, das ist echt. Brennt bei ihm. Ey, verpiss dich doch, Mann. Puh, die Dorfwohner haben Stehbetten. Also, sitzt, also, die... Ja, die stehen, die einfach da, wo die, die pennen einfach da, wo sie gerade sind. Ach, ne Hure, ey. Wo ist jetzt mein scheiß Minen-Eingang? Ja, komm, 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 Spinne. Gib hier einmal G-Pro, Alter. Was macht's mal? Wir wissen, dass wir beim Dschungel-Camp machen, jeder, jedes Mal kann ich den Zuschauer einen runterbauen. Der raus. Ja, genau, du bist raus. Oh, ist hier nix. Die Creeper sind echt gefährlich. Ich hab bei uns. Hier ist irgendwas, ich will da rein, aber ich komm da nicht rein. Jetzt komm ich da rein. Ender-Creeper sind lustig. Observation, Witchcraft, Zauber und Fetische? Lol. Fetische. Dämpfe sammeln, lol. Spawnpage? Einfach mal alles mitnehmen. Kann ich den Iron Gravel in meiner normalen Sonnens schmelzen? Sag ich dir nicht. Ja, kann man. Verbrüßt aus. Ich hab schon so ein Gefühl, gegen wen ich dieses Projekt sein werde. Ich auch. Ja, gegen hier, ne? Nicht gegen mich, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Die Fallen sind schon ein Gedächt. Auf allen kann ich auch bauen. Auf jeden Fall funktionierende. Auf dem anderen Server hast du mich nicht einmal in ne gute Falle gebracht. Ich hab dich auch nur einmal versucht in ne Falle zu kriegen und das war nur n Spaß. Ne, zweimal. Ja, was heißt zweimal? Einmal bei Charisma. Ne, das hab ich ja nicht versucht. Achso, ja, ja. Jetzt können wir da die Ausreden. Du wusstest, dass ich hier ne Falle gebaut habe. Es wäre doch unnötig, wenn ich das ein paar fahrt habe. Äh, wenn man auf Dilett... Dilett map in one or more dimensions. All the mind. Da Bücherregale farben, damit ich genug Bücher habe. Hey lol, check ich nicht. Hä? Jetzt hast du mein Spielaufgang? Alles klar. Ja, läuft. Nice. Ich hoffe, dass es in der Riege noch hell genug ist. Ich kann mir noch keine Fackeln leisten. Bin ich Geld. Musst du mit Goldcoins vorbeikommen. Oh nein. Wenn man die denn schon hat? Na, aus Kisten bestimmt. Die sind doch alle zu irgendwelchen Dörfern und so gelaufen. Ja, ich bin zu nem Dorf gelaufen. Ja, und Dilett war eben auch bei nem Dorf. Ich bin an dem vorbeigelaufen. Ja. Oh, ich hab Kohle drüber. Das hier. Dimensional Cross. Ich wollte es nicht riskieren, weißt du? Die Quenzer. Ich hätt dich auch nicht angegriffen. Hätt ich das gewusst, dann hätt ich mich im Dorf umgeguckt. Ah, egal. Dimensional Cross 2 Block. Ich glaub, das ist ein Dimensionsblock. Lol. Ja, Bazzillo schaffst du zum zweiten Mal? Oder du warst doch schon mal tot, ne? Ja. Ich war auch schon tot. Wir hätten uns auch in der Regel überlegen müssen. Für jeden Tod muss man irgendwas machen. Hä, kannst du halt das Scoreboard einstellen? Kannst du oder ist mir das nicht? Weiß ich nicht. Da musst du nochmal Blöcke für machen. Logisch. Ne, du brauchst keine Command-Glocke. Es sind nur ein, zwei Commands, die kann selbst ich eingeben. Also ich kenn jemanden, der macht das immer mit Command-Glocke, deswegen. Der Schwein hat einen Hut auf. Ich nenn's Mr. Schwein. Oh Gott. Ob man nicht tue, dass ich den Hut habe. Aber das leckt echt. Ich finde, also das lagartig. Aber ich finde, es geht voll klar. Also ich finde den Server ziemlich gut, wenn ich euch bin. Ja gut, wenn man bedenkt, wie viele Leute gerade sind, was der Server gerade machen muss. Ich weiß nicht, was ihr alle habt. Ich hab doch nix an Legs bis zu. Ne, ich hab grad einmal Rollback gehabt und das mit der Steinspitzhacke, das ist ungewöhnlich. Und selbst das hatte ich noch nicht. Also nur ein Block. Also nur ein Block, also nicht so viel. Ja, bei mir ist das nur beim Abbauen halt. Vielleicht DDo steh ich euch gerade gerade. Gummibaum-Setzling? Ja, die brauchst du. Nimm die mit, die brauchst du. Nimm die, 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 die brauchst du. Okay. Soll ich sie dir geben? Mach ne Kiste und schreib dafür quasi drauf. Also wenn du Technik machen willst, würde ich die mitnehmen, sag ich mal so. So wie ich jetzt ausrüstet bin, könnte ich jetzt schon in den Kampf ziehen. Ich bin grad am spawnen. Um zu sterben. Dachst du das so rausposaunst? Ja, witzig. Ich bin doch gestorben, womit soll ich sonst sein? Glaub dieses Payreadert oder das ich hab, das ist so gut wie Diamant, glaub ich. Oder nicht? Es sind total viele Kisten im Haus. Etwas besser als Eisen ist das. Achso, weil die Just-Flight gibt mir vier Rüstungsteile. Ah, not bad. Ob Sidian-Schildbrett, Kaktusschildbrett, Knochenschildbrett. Noch ein Meißelkopf. Achso, das ist mit, naja. Loll. Wieso ist hier ein Holzblock? In Gas Construct. Was ist ein Gas Construct? Vielleicht ist da wer langgelaufen, wenn da ein Holzblock ist. Das, was ich hier... Ich mein, in der Erde. Ist hier vielleicht ein Minengang, I don't know. Könnt ihr das? Ah, in diese Scheißwölfe können wir auch ganz zu heulen, Alter. Heul dich. Heuleiser. Dann teile heuleise. Oh ja, Spinnen sind sehr wichtig. Der Dorfbewohner hat einen Kopf auf. Darf ich den töten oder treiben die mich dann alle an? Da greift ich die Wachen alle an. Okay, dann töte ich ihn nicht. Nicht zu empfehlen. Der hat einen Apfel auf dem Kopf. Oh ne, das ist ein Trink. Das will ich nicht. Ah, über mir ein Trinklis. Ich bin immer so nett und sage, dass Strinks sehr wichtig sein werden. Für welchen Mod? Blau. Für verschiedene verschiedene. Wow. Das ist extrem wichtig, wirklich. Also zum Beispiel allein für Backpacks brauchst du die extrem viel. Die Backpacks sind sehr gut. Backpack. Rucksack. 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 Ja. Das kennt einfach jeder. Wie mache ich nochmal ein Backpack? Wow, ich habe auch mal... Keine Ahnung, wenn ich... Wenn ich was eingebe unten, dann kommt das nicht. Der sucht das einfach nicht. Das ist so ätzend. Rucksack. Ja, ich habe ja leider immer noch nicht erfahren, wie ich das ausmache, dass ich mir aus Versehen was nehme. Deshalb konnte ich noch gar nichts nachgucken. Irgendjemand ist definitiv in meiner Nähe, denn hier ist gerade irgendwo ein Creeper aktiviert. Komplett auf die Minimap. Und da brauche ich Duralium barren? Oder Gold barren? Das ist eigentlich so eine Luzi-Sache. Uranium brauchst du für einen Reaktor zum Beispiel. Ja, das ist aber kein Uranium. Das ist... U-R-A-L-U- Ach, nur Aluminium. Lol. Ich glaube halt echt, dass das so gut wie Diamant ist. Ich one-hitte die Kühe schon fast. Wenn ich critte. Ach gut. Du brauchst dafür geworbene Sachen. Und dann... Gleich. Mann, die ist Scheikwölf. Ich gehe gleich raus und kill die alle. Auf jeden Fall. Du stirbst sowieso. Versehen. Ja. Sag Save-Goal. Ich wette drei Stakes drauf, dass er stirbt, wenn er sich mit den Wölfen anlegt. Ich gehe erst mal weg. Ich habe da hinten dann quasi gesehen. Echt? Nein. Ich bin aus deiner Reichweite schon weg. In der Karte. Ganz schnell, als ich den Namen gesehen habe. Und du hast irgendwas von One-Hit und von Viechern gesagt, schnell weg. Ich würde mich jetzt wirklich noch nicht töten. Ich würde mich jetzt wirklich noch nicht töten. Ähm. Es ist aber auch okay, wenn ich mir eine Art Base erstmal in den Berg reinbaue. Mit einem Tür und einem Schild dran, ne? Ja klar. Solange du es irgendwie beschriftest, dass es deine Base ist, ist das eben eine Base. Ich kann nämlich erst mal meine Items safen. Bevor gleich so ein Panzer mit Lava kommt. Ich weiß nicht, wo ich mich eingebildet habe. Ah ja, sie hat auch noch nicht mal die Word Bench hinterlassen. Ich sehe noch nicht mal jemanden auf der Map. So. Das da rein, das da rein. Ich habe eigentlich gerade was vorgehabt. So, ich wollte einen Schaufilm machen. Ist das hier schon der Spawn? War ich so nah am Spawn noch? Naja, du bist mega nah am Spawn. Ich bin auch mega nah. Ich bin auch mega nah am Spawn. Mega mal. Mega mal. Ey, mega mal was. Habt ihr jetzt echt das N-Wort gesagt? Was? Natrium Chloride. Oha, sie haben es gesagt. Jetzt muss ich leften. Jetzt muss ich leider. Ich muss kurz essen. Tschüss. Jetzt muss ich nur noch ausschneiden. Ja, ist klar. Du bist jetzt aus dem Projekt raus. Tut mir leid. Ah. You are dismissed. Ja. Was hast du gefunden für Teile Appetite? Nee, ne? Ich. Aber Sneak ist echt voll unnötig, ne? Weil man sieht ja eh auf der Karte, wo wer ist. Komm auch an, wenn du unter Erde bist oder so. Stimmt, dann hätte ich eben auf quasi scheißen können. Ich war ja schon in einer Miene drin. Aber das mit dem Glas ist echt seltsam hier mit diesem. Egal. Er hat sogar die ganze Kiste mitgenommen, der Till, hier in dem Dorf. Guck mal die ganzen Felder an. Er weiß, er kann mit Rechtsklick ernten, aber nein, er haut sie alle ab. Egal, ein paar Kartoffeln hast du da gelassen. Ja, ja. Ey, was, wo? Eigentlich wollte ich dich ja töten kommen, wenn ich ehrlich bin. Nein, wollte ich natürlich nicht. Sowas wollte ich nie tun. Hä? Man, ey, diese Blisses, ne? Die hören sich genauso an wie ein Galaxy-Darmorph-Mod. Ey, das ist übelst. Ja, es gibt hier ziemlich viele Dörfer, Luzi. Ja, man findet schnell welche. Aber wer auch immer die Tinkers Construct-Schmiede abgebaut hat, hat er Blöcke vergessen. Ja, ich brauchte nicht alles. Ich hab genug Blöcke. Ich hab nur Tinkers Construct. Loll, echt, das reicht schon. Man braucht die nicht kompletter mitnehmen. Okay, wieder was gelernt. Kupfererz hab ich gefunden. Die muss 3x3 sein, also der Boden. Äh, ja. Loll, wie viele Blöcke essen kommen denn da jetzt raus? 15. Das waren, glaub ich, wirklich 10. Was? Oh, nicht aus einem Erz. Das war so ein großes Erz. Ne, ne, das war so ein großes Erz. Okay. Was macht die, äh, wir haben ein Projekt gestartet heute, eben. PvP-Projekt, etc. Ja. Also Minium-Erz, das braucht man auch. Aber nicht so viel, äh, Tim brauchst du so viel, also... Doch, für Hardkanister. Ja, okay, aber wenn du ne Quarry hast, dann... ...müsst du die und das. Bernstein. Ich sag erst mal in die Kiste, nicht. Bitte bei. Alter, wieso habt ihr alle schon Kisten und so? Hab ich auch. Du bist so ne Base. Warum hast du nichts, Panzer? Ja, weil ich grad auf Kill-Tour war und hab keinen gefunden, den ich killen konnte. Oh. Und wenn ich jetzt noch mitfinden würde, wär wahrscheinlich schon zu spät. Oh, geil. Dann würde ich killen. Ne Höhle gefunden, das ist richtig geil. Oh, Tertus-Gars, alles. Nice. Du brauchst'n das, ich hab's liegen lassen. Ja, Panzer übrigens, dass du gestern Tertus-Gars weggeworfen hast. Ne, ich hätt' die schlagen können. Warum? Das verfehlt immer so viel. Trub-Sim ist das wichtig. Und du schmeißt es einfach so weg. Ja, weil so viel brauch ich nicht davon. Ich kann so, du schmeißt es einfach weg. Wie kannst du nur, Panzer? Kannst du was wegwerfen, womit du dafür nicht weißt, was du anfangen sollst. Ja, deshalb lass' ich dir die ganzen Soundcraft, du müsst' auch liegen, weil ich weiß, das mach' ich erst mal nicht. Ja, Soundcraft ist eh schon... Aber langsam müssen wir aber hier Grenzen setzen, Panzer, das geht so nicht weiter. Echt? Ich darf nicht machen, was ich will, in meinem eigenen Video. Nein. Vor allem in dein eigenes Projekt, auf meinem eigenen Server. Geht so. Hast du irgendwelche Beweise, dass es deinen Servers ist? Ich könnte jetzt natürlich die ersten Sachen einblenden, aber damit müsste ich ja meine Daten rausgeben. Das werd' ich bestimmen. Also noch mit dem schwarzen Balken abdecken. Ja, ja, genau. Ich werd sterben, ich werd sterben. Viel Spaß. Geht's halt ein Bündung. Warst du am Anfang so, ja, ja, ich mach euch alle platt? So, hier ist Zertus-Quads, was ist das? Ja, dazu muss ich erstmal Sachen finden. Und dann mach ich euch alle platt. Braucht man Zertus-Quads für irgendwas? Geladenes Zertus-Quads. Das würd' ich vielleicht mitnehmen, das ist nicht ganz so häufig. Charged Zertus-Quads brauchst du auch. Ganz, ganz viel. Kannst auch. Ich sag geladenes Zertus-Quads. Oh, umsetzen! Ne, ich glaub, das musst du finden. Was bringt Zertus-Quads? Äh, daraus baust du dir ein ME-System. Er weiß nicht, was das ist. Das ist so ein Computer, ähm, so ein Lagersystem. Ah, okay. Kannst du dir wirklich wie so ein Computer vorstellen, weil du musst da Disketten reintun und so. Ja, du speicherst deine Items dann digital. Das ist echt cool, das hab ich schon mal gesehen bei Kev, glaub ich. Ja, Kev hat das. Das ist schon eine Weile her. Kev hat das auch, ja. Bei Tech-It, glaub ich. Also jeder hat das in Minecraft-Mark hat das jeder. Ne, Mark hab ich nie geguckt. Ich hab immer Tech-It geguckt. Weiß nicht, ob das das selbe ist. Ja, es kann sein, dass es da auch gibt, ja. Ich weiß nicht genau. Tech-It hab ich nicht geguckt. Aber Aggravian Skies, da gibt's das auch. Oh, da hinten ist so ein Baum, wo eventuell eine Kiste drunter sein kann. Ich hab ein Baum, äh, ein Baum mit einer Tür, da stehen auch Thun und sowas, das ist mein Grundstück. Will ich jetzt gerade nur anmerken. Hast du ein Schild hingestellt? Nein. Ja, dann, gehört's nicht dir. Ja, ne Tür kann ja auch spawnen. Ja, genau. So eine random generierte Tür. Wer weiß, hier kann einem alles umbringen. Ja, genau. Die Tür des Todes. Ich schaue sie erst mal zurück. Sonst geht's euch gut oder wie? Nein. Eigentlich ist es mir klar. Das sagst du. Ich weiß nicht, wo ich sie gebohrt habe. Genau. Du kannst hier einfach einen Wehpunkt setzen. Oha, ich kann mich aus Zertus-Quartz spitz abgemachen. Loll? Ja, stimmt, das geht auch. Die sind sogar gut. Die sind sogar scheiße gut. Echt? Haltbarkeit, 250. Ja, Haltbarkeit ist nicht so easy. Was mit dem Charged? Baut gut ab. Ne, das würde ich nicht machen. Nicht das Charged. Ne, was kann man damit machen? Das brauchst du für dein ME-System. Das musst du mit Quartz und Fluids verbinden, dann kriegst du ME-Kabel. Ah, ich verstehe. Ich hab Koks. Koks. Ah, alles klar. Ja, so Kohlekoks, die brennen länger. Ja. 1 zu 1, der Luzi. Das geht heute auch. Das ist für eine... Wenn ich voll geil auf dem Tier. Hauptsache, ihr alle schon am Farm, weil ich bin ja am Tiere töten und mir Fleisch am besorgen und hab immer noch keine Base und keine Ahnung. Ich sortier gerade meine Kisten. Ja, toll. Hast du wahrscheinlich auch schon den ersten Diamant und schleppst schon deine Luggage mit und alles. Dein Diamant hat er noch nicht, sonst wäre ein Archiv mit aufgeploppt. Ja, ich weiß. Oder er ist noch nicht weit genug für das Achievement. Ach, hier ist ein Bernstein. Was für ein Bernstein denn? Ich hab halt einig... Ich hab halt eine Kiste, die heißt What the fuck is this? Und das ist auch drin, wo ich nicht weiß, was das ist. Ich glaub, sowas muss ich mir auch machen. Aber dann müsste ich da mein ganzes Elementar reinpacken. Klar. So. Mehr Aluminium, Leute. Aluminium ist voll wichtig, hab ich gehört. Nee. Für Extraherzen. Für Extraherzen. Eher weniger. Für Extraherzen. Dafür musst du erstmal diese Extraherzdinger finden. Ja, du... Ja, wenn da... Ich brauch Knochen. Wizard töten. Wizard töten bringen. Da kriegst du viele durch. Ich muss gleich auch mal Kisten machen, weil langsam wird mein Inventar zu klein. Noch mehr Zettos Quarts. Wir müssen Schilder machen. Hört von irgendwas, Gau. Ja, das mit den Schildern ist jetzt für mich nur so... Ich hab gedacht, gut, dann weißt du auch, wem das gehört, wenn du da ankommst. The fuck, Alter, nein! Der hat keinen Bock mehr. War das so ein großer Zombie? Ja, für mich ist ein Zombie. Nein, der ist einfach geflogen, Alter. Das ist einfach... Ja, der läuft bei denen. Fliegen, Zombies. Ne, wie? Zombie fliegen. Zin-O-Ba-Erz? Was ist das denn? Zin-A-Ba. Zin-O-Ba. Ich brauch hier kein Zin-O-Ba. Hm, also am Anfang brauchst du's nicht, mein ich. Soweit ich weiß. Ember B-Ring braucht... Oh, ich bin gleich auf Diamanten-Ebene, ne? Ich hab ne Höhle gefunden, kann glaub ich auf Diamanten-Höhe gehen, da... War Zillow? In Erz. Ja. Bist du friendly? Nein, eh. Ist du friendly, oder willst du sterben? Friendly, wo bist du? Dann ist gut. Dann bleib ich einfach mal in deiner Nähe. Das ist mies. Hans, der macht halt echt diese Psychospielchen, ne? Warum man auch noch friendly ist? Da, Zillow. Willst du ein Spiel spielen? Monster Hunter, oh shit. Aber der ist eh unter der Erde. Ja, Bats, Zillow. Ich wette, jetzt ist einfach irgendwo, irgendwer in meinem Haus und klaut gerade meine ganzen Sachen, weil ich da noch kein Schild drangestellt hab. Gut, dass du's einstach. Oh, und danke schön für die Sachen. Ich bin gerade schon bei meiner Truhe, du kannst da nicht sein. Oder du hast nen Unsichtbarkeitsdrang, oder nen Anzug. Du hast den Unsichtbarkeitsanzug von Harry Potter. Genau. Hey, Alter. Loll, stell dir vor, du hast so'n Cape und kannst dann damit unsichtbar werden. Ja. Glaubst du nicht, was ich alles kann? Loll. Oh, jetzt geh' ich mal nachts raus, das ist natürlich schlau. Panzer, wo bist du? Komm her. Eins gegen eins. Ne, ich bin grad beschäftigt. Eins gegen eins. Ich bin grad an einem äußerst wichtigen, zukunftsträchtigen Projekt beschäftigt. Du bist auch zukünftig. Wie verschwindet man, wie schafft man das denn auf der Karte zu verschwinden? Ähm, die Karte des Rumtreibers, auch aus Harry Potter. Ja, okay, war nicht schlecht. Spacko. Okay, der Zombie ist Unsichtbar, okay, kann ich auch, hm? Oh, ich hab Uran gefunden. Kann das sein, dass wenn man schlägt, dass man nicht, Wenn man sneakt, wird man sich auf der Karte angezeigt, kann das sein? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, ist okay. Achso, bist du friendly. Das ist so ein mieser. Das wird Panzer bestimmt alles zurückbekommen, wenn er es nicht erwartet. Boah, was hast du alles dabei gehabt? Wie soll ich das denn alles aufsammeln? So, das brauch ich nicht mehr, das brauch ich nicht mehr. Werd' ich wahrscheinlich schon so geflamed für diese Aktion. Könnte passieren. So, die zwei Zuschauer. Ja, deshalb. Oh, shit. Ich bin allein schon einer davon, alles, ja. Oh, Mann. Man kann sich auch ein Zertusquartz, also man kann da alles draus machen. Ja, so Zertusquartz mitnehmen. Außer, ähm, Rüstung, das geht nicht, mein ich. Wär auch ein bisschen komisch. Krass zahlt gleich aus, hier ist ganz halt ein unsichtbarer Zombie, der hinter mir herrennt. Ich hatte, ich hab die ganze Zeit, ähm, Tränke abbekommen und die waren auch unsichtbar irgendwie, keine Ahnung von mir nicht, wie ich die ganze Zeit abbekommen hab. Ja, schon komisch, dass ihr alle unsichtbar seid. Ja, Mann. Jetzt muss ich mich hier aber wieder verpissen, sonst kommt er zurück. Mysteriös. Diese Creeper, die dich einfach durch die Gegend teleportieren, Alter, richtiger... Ja, Ender-Creeper. Die sind wirklich abfuckt. Die lustig. Ich mag die. Das ist meine Freund. Leck. Aber wir müssen uns keine Freunde hatten, ne, quasi. Loi. Ich muss Panzer sagen. Ey, dieser unsichtbare Zombie ist halt echt vor meiner Haustür. Ja, lass ihn rein. Aber jo. Also wenn der sich jetzt in mein Haus ja irgendwie rein teleportiert, dann geh ich aber wahr hin. Ich will mit dir ne Party feiern. Ich will da aber nicht reingehen, die ist groß. Weiß jemand, ob Eisen stärker ist als, äh, Zertus-Grad? Äh, ich glaub, das hält länger. Loi. Äh, okay, ich guck das jetzt mal nach. Hat die coolste Hülle gefunden, die ich jemals gesehen hab. Ich geh einfach rein und guck einmal rundherum und überall bunte Farben in den Wänden. Loi. Geh mal. Rot und Gold und Schwefel. Ne, das ist kein Schwefel. Ey, das ist fies in meinem Haus. Ja, du. Habt ihr eigentlich schon so eine Vorstellung, was ihr in meinem Haus wollt? Ja, ich werd jetzt erstmal hier aus der Schlucht irgendwie wieder rauskommen wollen. Ob ich dann schon bei Zillofan steck. Ich hoffe, er kriegt dich. Höh. Sache. Irgendwie hat er ja nicht wirklich was Sinnvolles dabei. Also, es macht keinen Sinn, sich ein Zertus-Quatsch. Wärtsumann ist es nicht besser, es hat nicht mehr Durability. Was? Du bist ja jetzt aus der Map gefallen. Das war ein unsichtbarer Teleport-Creeper. Und der hat mich unter die Map teleportiert. Alles ist unsichtbar heute. Der ist wirklich mega viel unsichtbar. Der hat mich unter die Map teleportiert. Ja, ich weiß, das stimmt. Oh, jetzt sterb ich wieder, Alter. Ernsthaft? Soll ich schon was für warten, bis Tag ist, Alter? Wie, Ernsthaft? Es ist nachts. Okay. Ich weiß, ich hatte gerade eine tolle Höhle gefunden. Mein ganzes Essen war dabei. Oh nein. Bizzacke. Boah, läuft da, wenn ich nicht krieg's gerade hier. Ja, tot. Schön unter der Map, danke. Ich soll ein bisschen Cobblestone holen und mich einbauen, damit ich kurz auf die Toilette gehen kann. Oh, zwei Skelettköpfe. Ja, wer ist denn von allen noch gar nicht gestorben? Ich. Ich bin gerade das erste Mal gestorben. Panzer und ich, ne? Das wird spannend, Panzer. Ich werde eigentlich immer noch jemanden sehen, dass er es geschafft hat, mal von der Karte zu verschwinden, weil jetzt sehe ich ihn hier schon wieder. Er jagt mich wahrscheinlich auch gleich. Jetzt ist er wieder weg. Wenn du einmal gestorben bist, wirst du aus dem Krater draußen, das ist echt die Arschkarte. Stehe irgendwo ein Zombie oder ein Skelett und schieß dich die ganze Zeit runter. Zum Glück stehen ja noch Kuchen da, dass du wieder dein Futter voll machen kannst. Zelfo, die stehen nicht mehr da irgendwann. Ah, tut mir auch so ein bisschen leid, Daniel. Motivation über 9000. Ich spawned mein Habstum hin. Aber man kann ja nicht immer, keine Ahnung. Frieden, ja. Und erstmal töten. Ich hab nicht Frieden ja gesagt. Kannst dir gerne nochmal anhören. Ich hab das nie gejaht, dass ich Frieden mache. 25 Meter. Lucia, hast du all dein gutes Equip dabei? Scheiße. Ich hab halt unter die Map geportet, da konnte ich dann halt gar nichts mehr retten. Fuck, ich bin so dumm. Ich würd jetzt aber gern noch irgendwo, bevor ich, bevor wir die erste Folge gleich beenden. Hast du jetzt alles mitgenommen? Bitte. Ne, da liegt noch voll viel. Also wenn du schnell genug wieder da bist, liegt das noch da. Wow. Warum sucht ihr bei mir mehr rechts an der Seite nicht mehr? Liegen Fäden rum. Fäden sind gut. Ja, wenn ich irgendwas eingebe normalerweise, sollte es ja unten erscheinen. Also an der Seite sollte es ja zitiert werden danach. Ich hab keine Ahnung, warum er das nicht macht. Hätte was passiert, Daniel. Ich würd mir jetzt ein Solarpanel bauen, Alter. Noch wieder Holz. Besonders dann an, gib ich, die Sachen liegen. Da, wo ich dich getötet hab, da unten. Da lag der Rest. Wie heißen, heißt das Gummibaumholz? Jetzt? Was willst du denn machen? Hier sind Robbertrees, sind die selten oder so? Ja, selten nicht, aber ich würd die mitnehmen. Also die sind, naja, geht so. Und Leute, ähm, falls ihr's nicht wisst, müsst ihr eure Crafting-Bench nochmal ins Crafting tun. Der für die Crafting-Station. Ja, richtig. Da fällt dann auch nichts mehr raus. Alles diesbaut, alles diesbaut. Das ist natürlich ärgerlich. Ey, was du ein Arschloch drüber hinkommst, ey. Was? Ist der nicht immer so? Nein, Alter, was ist das für ein Zombie? Der macht mir Ratuhhit. Oh, nee. Vielleicht so, kein Bock mehr, tschüss. Tschüss, bis morgen. Nee, der steht einfach draußen im Helden und stirbt nicht. Alter, was ist das für ein Kacke? Das wär jetzt einfach hier Hero und die müsstet ihr jetzt einen Tag aussetzen. Echt, wenn man stirbt, musste man da aussetzen, oder was? Ja. Genauso wie bei Galaxy, wenn man tot war, hatte man einen Tag Aufnahmesperre. Okay. Stell dir vor, einen Tag nicht spielen, weißt du, wie viel das ist? 24 Stunden? Wow. So in etwa, ja. Plus, minus. Ich hätte jetzt auch 74 geschätzt. Ich bin quasi. Aber man kann nicht keiner mehr groß machen. Hm, benutze, ich bin immer noch MG. Nein, für eine Forderung. Ich bin auch nur ein hochgepushter DMG. Du nimmst auch gleichzeitig auf und streamst. Yes, yes, sir. Ja. Trotz feiert, mein Freund. Man achte auf das Achievement. Ach, Inventar ist voll. Was willst du denn? Ich mach keine Energie oder so. Noch mehr Krupper. Aber ich hab eh bessere Sachen. Oh, ich hab eh bessere Sachen. So, Leute, wo kommen die zwei Scheine jetzt hier nach da oben? So, zack. Jetzt bräuchte Zertus Quark, alles klar. Hallöchen. Hallöchen. So. Hallo. Ach, weißt du was? Muss man das Ding nochmal abbauen. Passen? Ja, jetzt gibt's doch nicht. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Danke. Achso, da unten muss Kabel... Warum Hilfe? Weil ich mich... Weil ich mich im Tixabit... Ach, Tixabit. Ich Modback überhaupt nicht rauskenne. Erstmal, dass ich FTB spiele. Echt? FTB, FTB. Ich hab besetzt, sonst nur Vanilla gezockt. Ein Meilenstein für dich. Richtig. Oh man, wie heißen diese Scheißkurbel jetzt, man? Ne, ich hab keinen Bock jetzt auf Deutsch zu stellen. Machen wir jemanden sagen, wie die Luggage ging? Weil ich darf ja nicht rechts rumklicken. Der Luggage? Das war... Ein Diamant? Ja, ne Kiste in der Mitte. Der Diamant war unten, ne? Und Sticks drumrum. Ich bin aus Sticks drumrum. Genau, Sticks drumrum. Ich hab ja nicht. Ich muss erst mal Internet öffnen. Diamanten sind gar nicht so selten. Ich hab noch keine gefunden. Ach, wer braucht schon Diamanten? Ich bin der Crowby. Brauch mal auch jemanden. Wer braucht schon ne Crowby. Jeder? Die ganze Zeit nicht. Ich brauch noch Silber, Ernst. Ich brauch noch Bühe. Das reicht mir. Ich brauch drei Diamanten, das reicht mir auch. Weil meine Kiste ist, glaub ich, unsichtbar. Ei, Ernst. Du brauchst zwölf, das reicht mir dann erst mal. Ja, da musst du einmal kurz reconnecten. Das war bei mir auch so. Loil. Maka, wie lange braucht denn das? Ich guck jetzt auf dem Handy nach. Ponsor, left the game. So, da bin ich wieder. Hallo, Kiste, jetzt seh ich dich auch. Jetzt hab ich hier... Endlich mehr Inventarplatz. Und diese Leute, die mit ihnen kisten. Hallo, die Kiste hat auch Gefühle, Mann. Wow. So wie die Mitspieler, die hier nur so... abgeschlacht waren. Tell me more. Ozzolo. Oh, Rubine. Die sind gut, da würde ich mir Sachen draus machen. Aber an meine Zuschauer. Mit mal Tipps, Tricks, etc. Ah, sag dem nichts. Geht alle zu mir und verratet's mir. Lass es einfach komplett zähnen. Macht irgendwas Sinnvolles. Wieso ein richtiger Arzt? Ich weiß nicht. Ich hab nicht diesen Stream an. Ja, ich... Mein Steam... Mein Steam... Stream ist produktiv und... Ja, meiner auch. Ich bin gerade am Minen hier. Ja. Ich laufe zum dritten Mal zum Anahmen. Loll. Eigentlich das Unchampment immer noch hier mit... Lapis Lazuli oder auch schon ohne? Nein, ohne, ohne, ohne. Noch ohne. Das soll erst ab 1.8 gewesen. Ja, genau. Ja, ja, aber hier gibt's ja auch schon sowas wie... Ja, die Steine gibt's schon, ja klar. Alles Tät und so. Granit. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo mein Eingang ist. Ich glaube, ich hab gleich genug Rubin, um mir ne Vollrüstung zu machen. Rubin, Chef, Vollrüstung, ja. Rubin war direkt neben dir. Habe ich da dann abgebaut. Nachdem ich... Wir schauen, dass wir keine Freunde mehr werden jetzt. Ja, da. Oh. Der Panzer braucht ja keine Freunde. Ich glaube, ich nehme mich auch langsam. Beziehungsweise... Der Panzer hat ja seine Kisti, der hat seinen Freund. Genau, hier. Kisti, wo bist du? Rede mit mir. Wie nenne ich die denn? Leider kann man die nicht umbenennen. Ach, neue Rubies. Okay. Ich bin die ganze Zeit noch am Sneaken, weil Bazzillo immer noch in der Nähe ist. Ich glaube zwar nicht, dass er mir jetzt was tun kann. Ich ziehe mein Diamant-Schein, mein Diamant-Haar nicht hier. Das hat sich jetzt auch ein bisschen abgehoben angehört. Ach, also... Man hat ein Diamant-Haar nicht. Klar. Ich wollte nicht Brustpanzer sagen, der lacht quasi wieder. Brustpanzer. Ja. Vor allem, ich spiele immer noch in der gleichen Linie wie Bazzillo. Das ist ziemlich gefährlich eigentlich hier. Dass er mir hier noch eine Falle stellt. Saphir heißen die blauen, glaube ich nicht. Ja. Ich mache mir jetzt mal eine Dia-Schaufel. Achso, Quarys sind auch nicht lootbar für andere. Das heißt, wenn irgendwer eine Quarry aufgestellt hat, stellt er ein Schild dran, wem die ist und darf kein anderer dran. Wenn man das Schild vergisst, hat man Pech. Boah, muss man jetzt ja überall ein Schild dran packen. Ja, super. Ich bin so mit seinem Schilder-Fetisch. Ja, findet ihr das nicht besser, dass man noch weiß, wem die Sachen sind? Nö. Ach, klar. Wenn es denen gehört ist, wird es... Weil du kannst dann ja auch da campen, bis der nochmal online kommt. Dann nimmt er die Sachen aus den Kisten raus und du tötest ihn dann. So kommst du dann an den Inhalt der Kisten. Alles klar. Also, ja. Nicht, dass ich sowas machen würde. Da habe ich ja gar nicht viel Zeit für. Nein, du doch nicht. Klar ist das. Ach, schön. Noch mal Gold gefunden. Gold braucht man auch für irgendwas. Gold braucht man auch für irgendwas. Gold braucht man auch für irgendwas. Sehr, sehr viel. Ach, für die Billig-Konduits da am Anfang. Zum Beispiel. Billig-Konduits. Ja, was, die sind doch billig. Zwei Gold und ein bisschen Glas. Nee, sogar nur ein Gold und ein bisschen Glas. Mach Red Knight Cable am Anfang erst mal. Ja, weil die transportieren alles. Sind Goblins nett oder nicht? Robo-Goblins. Probier es doch erstmal aus. Ah, dann wollte ich das hier spoilern. Mach's doch. Erst mal meine Erze verdoppeln, Alter. Die Erze verdoppeln. Ja, kann ich jetzt mittlerweile schon. Kann man denn Erze verdoppeln? Ja, das wüsstest du wohl gern, oder? Mit der Smeltery. Nee. So mies wie du bist. Mit der Smeltery. Ja, aber wir wollten uns doch verbünden, hast du am Anfang gesagt. Wolltest mir helfen. Wenn du mich nicht tötest, sag ich dir sogar, wo ich bin. Nee, nee, das will ich ja gar nicht wissen. Ja, dann kannst du dir das alles bei mir angucken, du Vogel. Nee, das ist aber ja lame. Wenn du mir jetzt nur sagst, das geht mit dem und dem Item, dann wissen es ja direkt alle. Das wäre dann nicht ein Vorteil für mich. Ja, ich wüsste ja auf Teamspiel. Du weißt schon. Anstumpfen. Leif. Ja, das wäre Assi mit anderen gegenüber. Ach, wüsste auch. Na klar, wer ist Assi. Würd mich jetzt aber nicht jucken. Doch, ich bin kein Assi. Sagt er halt, was will er? Ja, sicher günstig bei dir. Wie lange wollt ihr die erste Folge denn noch machen? Gumm, wir werden es durchbranden. enabling klappern. Ja, ist das mein Problem? Dann machst du halt noch eine Folge. zwei, drei Stunden noch. Naja, wir müssen die auch noch hochladen und rendern, gut. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Mitspielen. Tschüss. Und an die zwei zum Zauber, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke Sascha, bis gut. Oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, bis später im Livestream. Ich werde nachher auf jeden Fall den Stream auch noch ansprechen. Guckt bei den anderen vorbei, ne. Links sind alle in der Beschreibung von jedem Einzelnen hier, der möchte, dass sein Link da drin steht. Werde ich nicht vergessen, Till. Habe ich noch nie vergessen. Alles klar. Bis dann. Danke, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.